ja moin und frohe ostern und viel spaß beim video das nun planken sind das ja nur planken das nur holz holz haben wir jetzt noch also richtig viel da da können wir noch ein bisschen was kommen wir hier können wir schrott hinpacken mal ja hier haben wir ein paddel was das paddel der paddel das paddel da kann man auch dann machen wir zwei seile noch 600 meter das sollte passen dann soll auch gleich da sein wird noch unser fernklass gab können wir was sehen da ist schon wieder eine insel okay da haben wir in der insel aber könnten ja mal zu der insel fahren das sollte das sollte gehen sollte passen das wird die insel mal gucken wer auf der insel was finden vielleicht können wir ja auf der insel ja wir müssen sand finden ist das die 500 meter wäre das doch die iser können das ja nicht gewesen sein 500 meter das sollte viel zu dicht da hat friedlin ins schiff gebissen auch holz brauchen wir eins kein holz mehr 20 plastik haben wir ja das können wir auffüllen auch dahin so samm hier da kommt noch steinen da passt auch ja das sollte passen wird da eben noch paddel gab mal gucken ob wir hier sand finden nein 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 soll es doch nicht ja gut dass das irgendwie schon passen nicht wegschwimmen so andere schaufel so schauen wir mal können wir hier irgendwo sand finden wir müssten doch mal sand finden hier nicht haben wir keinen sand hier haben wir nicht blume gibt es hier keine möglichkeit sand zu haben ja am strand eher ne würde ich sagen komm hier ne hm das ist merkwürdig geht das wirklich nur auf der großen insel mit dem sand holen oder mit dem schmutz anscheinend hm das ist jetzt schade das ist jetzt wirklich schade ok schauen wir mal was wir sonst noch nicht kriegen haben wir platz hier dann holen wir uns noch ein bisschen holz und ein paar hier sam für die bäume so das sollte auch gehen so da oben war da auch immer auch noch was ne ja da oben oh hier haben wir noch eine kiste na da bin ich auch noch eine blume brauche ich nicht will die kiste aufnehmen ok ähm ähm was ist denn das hm ok zum beispiel schmeißen wir schmeißen wir äh seil schwarze äh seil brauchen wir nicht eine schwarze blume ne kokosnuss ne ne ananas ist das da auch noch zwei ananas hm na gut ähm können wir haben wir hunger ja komm können wir uns ja einfach mal die rüben vier stück dann können wir die anderen aufheben so eins ernsthaft so so ok dann können wir hier kein sand kriegen bäh nicht sand so ein schmutz sonst das ist ja nicht dieser schmutz den wir brauchen können wir da machen jetzt haben wir hier zack zack so dann können wir einfach mal den anker wir lichten wollten wir den anker gehabt da hinten so weg damit ähm und ich höre da schon wieder frieden gehen höre auf riolinen machen wir das jetzt so das war wo ja dann müssen wir einfach nur umdrehen einfach nur in die richtung fahren das sollte gehen ja so weiter links so ein bisschen in die richtung so in die richtung das sollte passen da 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 ist das die große insel freunde haben wir die große insel gefunden das müsste doch die große insel sein ne ja da ist der große vogel seht ihr ihn da ist die große insel wir haben die große insel wieder gefunden da können wir bestimmt auch äh schmutz finden äh jetzt ist sie wieder weg kommen wir ernsthaft jetzt nicht hin doch sollten eigentlich hinkommen so oh komm der vogel macht auch wieder und getroffen ähm ja ja wo bist du vogel da so äh hähnchen zack aber wir fahren wieder gegen den wind ne das ist jetzt echt gemein dass wir wieder gegen den wind fahren müssen wir sind 240 meter naja gut wir kommen langsam dahin ah ne da ist die große insel ich dachte dass da hinten wird die ah ok super mhm dann könnten wir erstmal noch was trinken noch mal schnell was so haben wir noch ein bisschen was zu essen ja so fisch denn wir uns auch mal so da kommt einer ach ne dann wollen wir noch ein bisschen aufhören nochmal zack 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 naja geht noch da geht noch ein da geht noch ein super äh oha jaja jetzt sind wir dicht spinnst du so dann basteln wir uns nochmal schnell den Anker wir brauchen ja ein paar Seile ja Seile können wir ok und Steine oh hier ein Soll und Steine Anker gebastelt wir haben ja noch ein nagel und scharnier mit dem nagel kann sein sagen wir können auch sein packen und kann auch sein packen haben wir noch ein paar steine haben wir nicht irgendwo noch da haben wir das dahin brauchen wir aber vielleicht noch ein bogen könnten wir uns auch noch mal passen wo haben wir schon anka anka also so ja das habe ich mir gedacht der große vogel ist wieder am start der hat uns banner getroffen wir gucken nur wusste dass wir haben ja auch eine ganz ich weiß nicht ob die position jetzt so richtig gut ist aber wir könnten ja auch flech und sondern sondern ja schon lama oder was ist das alpaco oder was ist das na da will nicht jetzt willst du nicht jetzt willst du nicht erst schmeißt mich mit stein und jetzt kommst du nicht runter hier sehr interessant ernsthaft vogel ab und friedling macht auch ihr stress hier okay dafür ach komm jetzt wirft den steine jetzt wirst du den stein blöder vogel gerade gegen friedling kämpfen du bist ja echten du bist ja ja gut aber wir können uns sehr handen einstellen das ist ja kein problem so haben wir hier noch irgendwie platz ein gruppe hätten wir dann auch noch mal hähnchen ja was haben wir hier jetzt noch ein bisschen fleisch hier hätten wir ein paar hähnchen wie hähnchen können wir essen die essen die essen wir einfach mal bist du vogel wo bist du ich krieg dich jetzt hat er uns tatsächlich getroffen müssen wir uns kurz verstecken hier sie kann uns erst mal nicht treffen ja gut in den haken haben wir ein paddel okay wo bist du da oben ist ja da oben haben wir getroffen das wird ja so ein richtiger kampf einfach ja müssen wir gucken also der haken ist gleich gleich alle gleich kaputt wo haben wir unser wasser da hinten müssen erst mal gucken dass wir den angriff von ihm wenn er angegriffen hat den stein geworfen hat dann können wir was trinken so so müssen wir erst mal gegen den vogel kämpfen bevor wir überhaupt hier sand die schmutz brauchen wir schmutz brauchen wir hat er werden geworfen geworfen wasser der war knapp das war knapp ach komm ach schade wir können aber uns noch mal ein paar pfeile machen das könnten wir eigentlich noch machen wo waren dann das hier metall barren und federn ja ein hat mit damien metall barren ein paar federn haben wir auch noch hier am start zack dann brauchen wir hör mal auf damit hör auf damit ja hör auf einfach aufhören aber komm runter und kämpfe wie ein mann dann bewerf mich hier nicht mit steine einfach und fair er ist gelandet irgendwo ja ja wo bist du ja ernsthaft tatsächlich uns sind die melone weggefressen können wir uns noch mal bogen machen wir brauchen zwei ok was brauche für holz seile zwei solche bubble dinger seile haben wir kein problem planken holz ja können wir auch in der da hier so ein bolzen haben wir ein bolzen da haben wir noch zwei dann auch in einem bolzen brauche ich ein bolzen wir hätten aber hier zwei metall barren oder zwei können wir doch mal reinpacken da so müssen wir gucken da haben wir vielleicht irgendwo ein bolzen gehabt vielleicht da hinten vielleicht da hinten hopp können wir den vogel vielleicht fangen oh da ist er wieder du blöder vogel ach ja gute liebe freunde ich bedanke mich erstmal wieder dass ihr dabei wart ich hoffe es hat euch spaß gemacht gehabt wir werden natürlich in der nächsten folge gegen den vogel wieder kämpfen ja runde zwei wenn es euch gefallen hat gebt doch dem video einen daumen hoch ab in den kanal aktivität glocke dass ich mich auch echt mega freund mich auch unterstützen mit mir auch mega freuen wenn ihr das nächste mal wieder dabei seid wenn es heißt eine weitere folge wafft dann bedanke mich erstmal und sagt auf wiedersehen ich habe gesehen du hast du nicht abonniert aber los jetzt